Frank, Gratulation zur Vertragsverlängerung, ein weiteres Jahr beim FC Bayern München. Wie sehr freust du dich selbst darüber, dass du noch mindestens ein Jahr beim und für den FC Bayern München spielst? Ich bin sehr glücklich, weil du weißt, dass du mich schon lange hältst und ich bin schon lange beim Bayern. Ich habe immer gesagt, ich will meine Karriere stoppen mit Bayern und das ist eine sehr positive Situation für mich. Für Bayern und das ist schön und bis jetzt haben wir zusammen gut gemacht und ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison eine schöne Saison gewinnen. Wir müssen ein bisschen Glück haben, aber ich glaube, bis jetzt haben wir es gut gemacht und jetzt haben wir noch zwei Spiele und wir wollen diese beiden Spiele gewinnen. Du bist 2007 hierher gekommen. Hast du dir damals vorstellen können, so lange beim FC Bayern München zu bleiben? Es sind dann zwölf Jahre? Ich sage ehrlich, ich habe mich gewusst und gemerkt, dass ich so lange beim FC Bayern bleibe. Aber du weißt, im Fußball kannst du nicht zu viel überlegen, wenn du dich gut fühlst. Du willst immer mit deinem Klub bleiben und du willst immer gute Spiele gewinnen und viele Titel gewinnen. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Fußball und meine Karriere mit Bayern gemacht und das war richtig schön. Und ja, noch ein Jahr und danach schon nochmal. Unabhängig von der Vertragsverlängerung, wie geht es dir gesundheitlich? Du warst in Köln nicht dabei. Wie sieht es aus für das letzte Heimspiel gegen Stuttgart und dann vor allem für Berlin im Pokalfinale? Nein, das ist nicht schlimm. Ich habe heute wieder ein Training mit Arjan auf dem Platz gemacht. Ich habe nur einen Schlag bekommen nach Madrid und wir wollen kein Risiko. Jetzt bin ich wieder 100 Prozent fit für das Spiel zu Hause gegen Stuttgart und dann das Finale in Berlin gegen Frankfurt. Wie sehr freust du dich auf diese beiden Spiele und auch auf die Zeit danach, mal eine fußballfreie Zeit, um dann in dein zwölftes Jahr frisch gehen zu können beim FC Bayern München? Schön. Ich glaube, ich habe meine Verletzungen richtig gut gemacht. Ich bin 100 Prozent fit, so wie ich spiele. Ich freue mich für mich und für meine Mannschaft. Und jetzt haben wir noch zwei Spiele, wir müssen richtig 100 Prozent konzentrieren, weil das ist ein sehr wichtiges Spiel zu Hause. Wir wollen Gewinner gegen Stuttgart für die Fans und dann, du weißt, wir haben zu viel gekämpft für das Finale in Berlin. Natürlich, das ist ein schwieriges Spiel gegen Frankfurt, das ist eine gute Mannschaft. Aber wir müssen Vollgas und Gewinner spielen und dann gehen wir in den Urlaub mit Kopf frei und genießt den Urlaub und dann kommst du zurück frisch und wieder in eine neue Saison.